Muri in der Schweiz, Hauptsitz des weltweit tätigen Herstellers von Klebstoffauftragstechnologien für die Industrie. Das Produktangebot umfasst Heißleim, Kaltleim und Purlösungen und setzt Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Robotech wurde vor 40 Jahren, 1975, von meinem Vater Hans Mayer hier in Muri gegründet. Von anfänglich 4 bis 5 Mitarbeitern sind wir auf jetzt 160 Mitarbeiter hier in Muri und etwa 550 weltweit angewachsen. Robotech steht für Präzision und Effizienz bei jedem Klebstoffauftrag. Innovation bedeutet frühzeitiges Erkennen und Umsetzen von Kundenwünschen. Genauigkeit bei der Qualitätskontrolle wird bei Robotech großgeschrieben. Die Geburtsstunde von Robotech war aus einer Notlage. Wir haben eine Maschine angeboten in der Konservenindustrie und wussten zum Vornherein, dass wir da anstelle von Kaltleim ein Hotmailte einsetzen. Diese Hotmailte waren verfügbar in Amerika und als wir uns erkundigten, was diese Apparate kosten, war das der halbe Maschinenpreis. Und damit wären wir bereits bankrock gewesen. Und deshalb waren wir gezwungen, selbst ein Gerät zu entwickeln. Dieses Gerät war ein kleiner Topf mit einem Kolben, der dann einfach einen Punkt auf den Karton aufgeschossen hat. Und an diesen vier Ecken von diesem Kartontray haben wir diese Apparate angebracht. Und von Anfang an haben sie dadellos funktioniert. Und wir haben erfolgreich die Maschine an den Kunden geliefert. Die bewährten Schmelzgeräte der Konzeptserie. Isoliert, sicher und ressourcenschonend. Die Geräte entsprechen höchsten Ansprüchen beim Aufbereiten thermoplastischer Schmelzklebstoffe und fördern eine effiziente Produktion. Nebst der Konzeptserie decken weitere Applikationslösungen die unterschiedlichsten Anforderungen der verschiedenen Industrien. Eine detaillierte Endprüfung gewährleistet die hohe Qualität der Robotech-Entwicklungen. Punkt, Raupen, Endlos- oder Flächenauftrag. Das Portfolio an Auftragsköpfen ist vielseitig. Auch bei den Inhouse produzierten Schläuchen wird großen Wert auf Energieoptimierung und Sicherheit gelegt. Alle Schläuche sind hochflexibel konstruiert und gewährleisten den optimalen Klebstoffdurchfluss. In der Spedition werden die Produkte sicher verpackt und für den weltweiten Versand bereitgestellt. Durch die globale Präsenz ist das Unternehmen immer nahe bei seinen Kunden. Robotech-Schulungen vermitteln Mitarbeitern und Kunden wichtige und immer aktuelle Kenntnisse über Industrien, Anwendungen und Produkte. Zu den umfassenden Serviceleistungen von Robotech gehört unter anderem auch eine Hotline. Robotech will erkannt werden als Service- und Technologieführer für grüne Klebstoffauftragslösungen. Grün heisst, wir setzen Ressourcen sparsam ein und wir fabrizieren beispielsweise die Energie für diesen Hauptsitz hier zu etwa 50% in unserem eigenen Solarkraftwerk. Robotech – Ihr weltweiter Partner für einen nachhaltigen Klebstoffauftrag. Robotech 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 Robotech